Moin ihr Schnuppis, heute Xtreme Test Nr. 2, also bleibt dran, es wird wie immer fetzig. Ich habe mich mal wieder gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich aus Versehen über meinen Helm drüber fahre? Und jetzt gibt es natürlich viele Helme, ich habe mir mal zwei besorgt. Hier einen ganz normalen, hässlichen Fahrradhelm, wie ihn wahrscheinlich viele aufhaben. Er sieht richtig kacke aus, aber schützt natürlich ein wenig. Also immer Helm tragen, voll wichtig. Das tut man nicht alles, um nicht noch vor Ort und Stelle am Unfallort mit einer schweren Hirnblutung abzunippeln. Also immer Hirn tragen, immer Helm tragen, ganz, ganz wichtig. Hirn natürlich auch, das ist noch viel, viel wichtiger, wie ich finde. Helm Nr. 2, ein ganz normaler Vollhelm in der Farbe Rot. Der sollte ein bisschen mehr aushalten, denn solche Dinger tragen die Motorradfahrer. Ist eh viel cooler und sieht auch cooler aus. Ja, der sollte ein bisschen mehr aushalten, aber das werden wir sehen. Legen wir mal los, dann fahre ich jetzt mal drüber hier. Ja, fangen wir an mit diesem Kollegen hier. Und er ahnt es schon, mit so einem Helm, da wird nicht viel übrig bleiben von dem Kleinen. Aber man weiß ja nie. Ich wünsche dir alles Gute und tschüss. Ja, als nächstes hier Mr. Grüne Melone. Und dieses kleine Kerchen ist guter Dinge, ja. Der grinst noch schön fröhlich vor sich her. Das heißt, der glaubt nicht daran, dass ihm da groß was passieren wird hier mit so einem Vollhelm. Und ja, ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du kannst dir dein wunderschönes Lächeln bewahren. Und viel Glück. Tchaka. Tchaka. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, keine Überlebenden würde ich sagen. Den beiden Melonen geht es nicht mehr so gut. Das hier ist alles, was von ihnen übrig geblieben ist. Allerdings, don't think too much, den beiden geht es jetzt garantiert viel, viel besser. Sie befinden sich nämlich jetzt im Melonenhimmel oder werden gerade als Banane wiedergeboren, je nachdem, an was sie geglaubt haben, kurz bevor sie mich trafen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Dann verpasst ihr nie wieder einen Extreme Test. Bis beim nächsten Mal, weiß ich noch gar nicht. Also lasst euch überraschen. Hasta luego und tschüss.